Ja, haha, ja, moin! Willkommen zurück zu Clash Royale. Wir haben uns beim letzten Mal ein wenig über, naja, wie soll man das anders sagen, über die einen oder anderen Cringe-Tubers unterhalten, anders gesagt, über einige Clash Royale-Tubers, äh, ohne Name-Dropping, aber ihr wisst, ähm, naja, ihr wisst. Vier Sachen, das kann ne epische sein, liebe Freunde, das kann ne epische sein, weil, fünf Inhalte in der Truhe, da ist safe ne Legendary drin, also, ja, 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 weil die, erstmal hier die seltene, die Rare-Card, die Rare-Card, um es wie ein Clash Royale-Tuber zu sagen, dann die Coman-Card, und jetzt, und der Tornado, was geht? Sehr wohl, Brudinen, ohne Witz! Ich wusste es. Hätte mir natürlich auch gefallen, wenn's eine Legendary geworden wäre, ja? Aber man kann doch nicht alles im Leben haben. Ja, wir haben uns beim letzten Mal auf jeden Fall über ein wenig, ähm, Clash Royale-Tubers-Kram unterhalten, wie unindividuell die doch klingen, und ich bin auf eure Kommentare gespannt, die mich haten oder sonst was wären. Bin ich mal gespannt. Ja, ansonsten, seht ihr, dass ich wieder in Arena 8 bin? Tja, das hat seine Gründe. Könnte jetzt sagen, dass ich das Ganze aus Spaß gemacht habe, aber nein, so ist es nicht. Ich bin völlig verdient abgestiegen, hab mich aber dann wieder hochgerafft, so weit, ne, wie man sehen kann. Ich war schon wirklich unten, ich war schon bei 2517 und, äh, hab mich wirklich schon in den, in den, in den Seilen gesehen, ja? Aber ich hab mich hochgekämpft, das kann ich Ihnen sagen, ja? Ja, ich hab mich hier wieder ausprobiert mit dem, äh, Klonzauber und so und, ähm, Ibims auf jeden Fall zuversichtlich. Auch, grad wenn ich an den epischen Sonntag denke, wo ich mir dann auf jeden Fall, ähm, ein paar Klonzauber ziehen werde von, von, äh, Abonnetas und so. Da werden im Shop welche auftauchen, werde ich mir auf jeden Fall welche kaufen, also ohne Witz, das, das wird auf jeden Fall passieren. Sehr wohl, ja? Wissen Sie Bescheid. Aber, jetzt mal nicht so, äh, hier rumlaberisieren. Fangen wir an, uns wieder in Arena 9 hochzukämpfen. Sehr wohl. Oh, scheiße. Ja, jetzt gerade mit den, äh, Kobolden, das ist ja immer so eine Sache, ne? Die Kobolde, die momentan, ziemlich Dampf machen und so. Auch gerade, weil, naja. Hui. Der meint das ernst, ne? Der meint das gerade echt ernst, der Typ. Alter, der meint das ernst. Jetzt zieht er den, den Golem und denkt sich, ja, ohne Witz, ich hab keinen Bock mehr, Brunes. Ohne Scheiß. Aber jetzt können wir auch endlich mal den, den Klonzauber in Aktion sehen, weil, gönnt euch. Zack, zack. Zack, zack. Und auch gut, dass der richtige Golem jetzt erstmal vorgegangen ist, weil, da kann der andere noch austeilen, ne? Aber wir belasten es erstmal hierbei, weil, ich lege jetzt keine Karte mehr. Das wäre unwürdig im Gegenüber. Wäre aber ein knappes Match geworden auf jeden Fall gegen ihn, ja? Aber so ist das nun mal, ja? Ja, und damit sind wir wieder hier, ne? Wir sind zurück. Ja, ahahaha! Ahahaha! Moin! Bleh! Oh, die Kronentruhe ist voll. Unerwarteterweise. Ich hätte es echt nicht gedenkt. Ja, ohne Witz. Hm. Aber es wäre ein knapper Fight geworden gegen ihn, muss ich sagen. Also, ich denke mal nicht, dass das irgendwie, äh... Der hat mich auf jeden Fall bekommen, weil, wie gesagt, da, wo jetzt, wo der Knall halt genervt worden ist, lohnt sich halt ein Kobaltfass umso mehr. Und da lohnt sich auch die Kobolde umso mehr, weil... Ja, wie gesagt, der Knall macht weniger Schaden und, ähm... Da sind die, äh... Kobolde eine sehr, sehr schöne Sache, muss man sagen. Also wirklich, also ohne Witz, ne? Das gibt dann auch wirklich dann die Klicks auch, ne? Sehr wohl. Ähm, ja, wie gesagt, ich, äh, hab mich wieder so ein bisschen am Klonzauber probiert und so und... Das Einzige, was ich halt an meinem Deck so ein bisschen scheiße finde, ist die Tatsache, dass... Naja, ihr seht's ja gerade, ne? Wir haben... Ziemlich low-life-ige... Lufttrupps. Das ist das Problem. Ne? Das ist... Das ist wirklich das Problem, aber ich sag mal so... Günstiger und besser kriegst du ja auch nichts. Von denen. Das ist das... Ja, das ist auch problematisch, relativ, ne? Ja, hi. Ja, weil die Leute nicht einfach so schreiben. Hi. Hi. Ohne Witz. Hi. Das sind immer die Besten. Okay, Brudinen. Ich hatte den Knall nicht gehabt. Hätte ich den Knall, hätte ich auch die Feuergeister killen können. Nur jetzt musst du halt wegen dieser Card-Rotation... Ja. Der Tower dran glauben. Und Level 7, ey. Okay. Okay, wie die, ähm... Prinzessin einfach zwei Hits aushält, das ist halt auch nicht normal. Sieht aber nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Dann wollen wir mal. Vielleicht kommen wir da doch noch irgendwie dran. Wieso hat er sich denn beim Klonen... Wieso hat er sich denn beim Klonen nicht aufgeladen? Was soll das denn? Das habe ich... Das hat jetzt gerade den Tower gekostet, aber das kann ich ja nicht wissen. Das kann ich doch nicht wissen. Das kann ich nicht wissen. Das ist... Das kann ich niemals wissen. Ihr habt es ja gesehen. Es lag wirklich... Aber da kann ich nichts gegen machen. Weil... Hätte ich das gesch... Hätte ich... Das weiß ich ja nicht. Das... Ich wusste es ja nicht mal. Was soll das? Das war ziemlich dreckig, ey. Weil... Wenn du den Klonzauber legst... Das ist ja richtig behindert. Das ist richtig behindert. Also das ist... Das habe ich auch noch nie erlebt. Wenn du den Klonzauber an einem Funky anwendest, dass er sich komplett resettet. Das kann nicht sein. Das ist richtig schlecht. Aber das macht keinen Sinn. Das macht absolut keinen Sinn. Aber okay. Ne. Das macht keinen Sinn. Aber gut. Jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir, dass wir den Klonzauber nicht auf dem Funky anwenden dürfen. Weil es ansonsten alles kaputt macht. Weil... Den Klonzauber setzt du dann nicht ein... Wenn du am Tauber bist, dann vorher. Aber das macht auch keinen Sinn. Weil... Dein Funky ja nur einen KP hat und so. Und wenn du einmal resettet wirst damit, hast du drei Elixier verschwendet gegen einen Zweierknall. Wisst ihr? Das macht dann keinen Sinn. Ich meine, ich würde jetzt gerne den Klonzauber machen, aber das bringt ja nichts. Ihr habt es ja gesehen. Ihr habt es gesehen. Er hat... Der Klonzauber... Ihr habt ihn ja gesehen. Es hat nichts gebracht. Der Funky war schon fast aufgeladen. Ich habe den Klon gesetzt. Und er resettet sich einfach. Das ist doch niemals so gewollt, oder? Das kann niemals so gewollt sein. Also ganz im Ernst. Das kann niemals so gewollt sein. Also jetzt mal im Ernst. Unter uns gelehrten Zöhn. Ja, ein Klon Lakaienbruders. Ohne Witz. Naja, das ist aber hier... Das verstehe ich echt nicht, ne? Okay. Gut, ähm... Sarfe gewonnen. Könnt ihr mir das erklären, warum Supercell sich dazu entschieden hat? Ich meine, klar, es wäre dann auch wirklich zu OP, da mit einem Double-Funky an den Tower zu gehen und halt 2600 Schaden zu machen. Das verstehe ich dann schon ja irgendwie, aber... Äh... Du lädst ihn ja eigentlich 5 Sekunden auf, um dann den Klon zu legen, damit er sich wieder resettet. Darum geht es mir. Das ist... Das macht keinen Sinn. In meinen Augen. Naja, genug gerantet hier. Genug hättest die Radengeschwung. Lalalalala! Bruders! Ohne Witz! Ja, ja! Ja. Ja. Ohne Witz! Wenn jetzt kein Knall kommt, gibt das die Klicks! Ohne Scheiß! Huhu! Ich meine natürlich Knall oder Blitz, ne? Nee, ich weiß es nicht. Das hat jetzt alles gerade... Das hat gerade den ganzen Kampf kaputt gemacht. Ich check's nicht. Ja gut, so eine 2 Legendary, ne? Level 2 Legendary ist ja auch wieder so eine Sache, ne? Und auch dann bei seinem Level und so, das ist ja auch wieder... Ja. Gut, aber wer nicht knallen will, der muss halt eben fühlen. Und deswegen mach ich hier einen Klonzauber drauf, weil er das halt nicht verteidigen will. Ist okay. Sieht auf jeden Fall gar nicht so schlecht aus. Muss man nur ein bisschen jetzt, äh, ein bisschen Acht geben jetzt. Auch gerade bei unseren Truppen, weil ich weiß ja, dass die nicht viel aushalten und so. Daher... Würde das auf jeden Fall alle Klicks geben. Und das auf der ganzen Welt. Auf der ganzen weiten Welt. Er hat den... Er hat mit der Rocket nicht getroffen. Das ist sehr schön in meine Karten gespielt. Jetzt kann ich mich schön hier legen und so. Schön den Funky beschützen, meine Freunde. Meine lieben Freunde, Brüder! Ohne Witz! Und das ist ein Sieg. Das ist ein Sieg, du geile Sau! Ah! Sobald der Klon... Also sobald der... Sobald der Golem wirklich an den Tower kommt. Und das passiert halt wirklich dann manchmal auch. Da, äh... Hast du halt wirklich deine Vorteile, wenn du den Klon ziehst. Das ist halt wirklich dann dieser... Tower-Schaden von 200 ungefähr. Bei Level 1 müsste es, glaube ich, 100... Weiß ich nicht. Wie ist das bei Level 1? Ich habe keine Ahnung. Aber... Gönnt euch dann den Schaden, der alle zweieinhalb Sekunden kommt. Der Todesschaden, der dann auch kommt. Das ist halt wirklich krass. Das ist echt nicht schlecht. Ich habe einen Heimund gehabt. Naja, äh... Das Problem bei diesem Deck ist halt nur, dass deine Truppen nicht viel aushalten. Das ist das... Also, dass gerade die Luft-Truppen nicht viel aushalten. Komm schon! Leg dich, mein Bruder! Ohne Scheiß! Gut, da scheiße ich jetzt auf die, ähm... Auf den Klons aber gerade aus dem Grunde, weil... Jetzt nämlich das hier kommt! Das war klar, aber... Oh, shit! Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt echt Double Trouble, Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Double Funky, Brüdes! Ohne Witz! Naja, das ist halt wirklich... Also, wenn man da an den... An den... An den Königsturm kommt... Die... Die... Diese Challenge... Und... Das ist heftig! Also, wenn man das schafft... Dass der Funky dann noch überlebt... Ich meine, das ist auch eine gewagte Sache, muss man sagen, ne? Das ist eine gewagte Angelegenheit... Aber... Es ist wirklich eine gewagte Sache, aber... Ich sag mal... Wenn es klappt... Hey, wenn es klappt... Ist doch gut! Jetzt kann ich mir gleich sogar einen Vierer-Funky ziehen, oder? Einen Vierer-Funky, Alter! Das war jetzt eher Spaß... Das war jetzt durchaus Spaß gemacht... Ähm... Ne, aber... Richtig krass... Vor allem... Wie gesagt... Der Königstower... Der hat halt seine 3000 Trefferpunkte, oder so... Und dann... Äh... Wenn du dann bedenkst... Okay... Und du dann bedenkst... Alter... Der verteidigt nicht... Oder der verteidigt nicht gut... Das ist aber auch eher dann nur gegen solche Leute gut, ne? Weil... Erfahrene wissen, dass dein... Dass ein Knall da schon mehr bringt, und so... Aber okay, ey... Wir haben wieder alle Thronplätze voll... Wir haben heute echt, äh... Wir haben uns wieder hochgekämpft... Ja, was heißt hochgekämpft? Einige waren total... Na... Ne? Muss man da nicht ansprechen... Äh... Aber... Likias! Ohne Witz! Ich muss sagen... Ich beende den Part! Bis zum nächsten Mal! Macht's gut! Haut rein! Ciao! Ohne Witz! Ohne Witz! Brudus!